So, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft, der Überlebenssimulator. Wir befinden uns hier gerade live im Geschehen und wie ihr sicherlich seht, ist alles etwas texturierter. Und zwar, wir spielen heute mit dem Minecraft-Texture-Pack in der Antikvariante, weil ich die sehr schön finde. Warte mal, wo? Let's Play Minecraft. Ach, fast schon einen ganzen Monat. Hä, die letzten, äh, schon einen ganzen Monat ist fast schon vergangen. Seit der letzten Aufnahme. Oh, so sieht's jetzt aus. Sieht ja auch ganz schön aus. Ah, ja. Ich dachte mir, ähm, weil ich hatte ja so oft versprochen, dass ich, ich kann mal jemand hier die Musik leiser machen. Alfred, mach mal leiser. Mensch. Ähm, ich hatte ja die ganze Zeit so versprochen, ich würde mal ein Textur-Pack nehmen, doch dann kam da immer was dazwischen. Das zum Beispiel irgendwann mal nicht, ähm, dummerweise, einmal, äh, war das Textur-Pack, was ich hatte, nicht gepatcht und es ging nicht. Mal hatte ich es einfach aus Zeitgrün weggelassen und jetzt haben wir eins. Ja, gerade jetzt nach meiner wirklich sehr, ähm, professionellen Ansage geht's hier auch wieder. Wir können ja mal auf einfach stellen. Geht's hier weiter mit dem Geschehen und mit etwas heißerer Musik. So, ich möchte erstmal hier kurz gucken, was wir noch zu tun haben. Ähm, ja, wobei das jetzt nur so in... Ach, warte mal, das sage ich nicht immer drüber. Warte mal. Äh. Nein. Dschungel. Haus. So. Ich mache jetzt keinen Bindestrich da oder so, ja? So, aber ist das irgendwie ein Golem oder ist es hier der... Ne, der Bass war das wohl sicherlich. Ah. Peter, alte Sau, alles super. Der hat aber ganz schön blasse Augen hier. Geht's dir nicht gut? Oh, der leuchtet schön. Der wie im Flugzeug geht die Positionslichter, ne? Ne, natürlich nicht. Ich durfte mir vielleicht ein bisschen noch ein bisschen leiser machen. So, Peter, habe ich denn irgendwie Fleisch für dich? Äh, nein. Natürlich nicht. War klar. Ähm, ich würde aber erstmal ganz kurz... Ach. Ich würde erstmal nur ganz kurz wissen, ob... Ähm, nee, das muss ich ganz kurz machen. Ob ich noch Melonen irgendwie vorrätig habe oder... Ob, ähm... Nee, weil ich muss mich ja immer komplett neu einleben. Bei einer neuen Aufnahme. Ähm, da haben wir noch Melonen drin. Die nehme ich mal hier rein. Damit wir direkt verzehren können. Ähm, gerade wunderschön 90 Frames die ganze Zeit durchgehend. Ähm. Ja. Ich würde erstmal sagen, wir gehen erstmal bei den Schafen eine Runde rein. Ich würde mal überlegen, ob wir irgendwie... ...die Möglichkeit haben. Mit einer intelligenten Taktik natürlich, wohlgemerkt. Ähm. Soll ich noch keine Treppe bauen, in der wieder reingelangen kann. Weil... Nee, nee, komm, lass ich jetzt mal. Ich muss schon mal anzunehmen, wenn ich hier reingehe. Wobei, wenn ich jetzt... Bäh. Wobei, wenn ich jetzt hier einen Block einmal hinsetze, dann kommt der theoretische... Ja, nee, es ist schlecht. Da kann da jeder Asi rein. Ähm, um daher... Nicht, dass man mich... Äh, dass man mich hier... Also? Nicht, dass man... Nicht... Hallo? Deutsche Sprache, schwere Sprache. War ja schon immer so. Nicht, dass man mir hier... Nicht, dass man mir hier meine Schafe klaut. Nicht, nämlich, äh... Das war damals eine sehr wunderschöne... Nein, ich will gar nicht so... Das ist ja schon... So eine Zeit her, als wir das gemacht hatten. Da war hier wirklich die Revolution auf Planet Mindschaft, als wir das ja alles so umgesiedelt hatten. Da ist ja immer was passiert. Ähm, äh... Eine letzte Aufnahme waren auch... Äh, hallo? Ne, geht's noch? Jaja. Ähm, eine letzte Aufnahme waren wir, auch wenn ich mich jetzt nicht total täusche, wie auch sonst immer, waren wir in der Mine ein paar Blöcke unter uns. Um es jetzt nicht zu übertreiben. Ähm, und äh... Ich würde jetzt erstmal ganz kurz... Äh, wie viele Lolle habe ich jetzt? Hm... Ich glaube, ich hatte sogar... Am Ende der letzten Aufnahme... Hm... Die ganzen Wolle-Sachen hier reingepackt. Ich muss mal einzuschauen, mal nachgucken. Äh... Ja, frag mich nie, warum ich hier immer die Wolle hinge... Ah ja, hier die Wolle. Mhm. Äh, ach. Oh, da haben wir noch einiges. So, da geh ich jetzt erstmal hin. Aber ich glaube, auch langsam haben wir unsere endgültige Höhe erreicht, oder? Ich meine irgendwie... Warte mal. Dann müssen wir das langsam oben mal richtig... Äh... Warte mal, lass mich mal ganz kurz hier... Ähm... Ja... Äh... Äh... Wie... Hm... Es muss noch etwas höher werden. Ansonsten geht hier gerade einiges schief. Ne, also wie gesagt, ich hatte ja immer... Ach übrigens, ich sag's jetzt nochmal, damit das auch jeder jetzt weiß. Damit ich... schon wieder so viele Schafe neue, das ist echt. Ja, das ist echt. Ja, das ist echt. Ja, das ist echt. Irgendwann schon, aber... Ne, vielleicht noch nicht jetzt. Eher und wahrscheinlich eher erstmal die Präsentation, da ja da sicherlich auch noch ein Flughafen gebaut wird. Ähm, den man jetzt zwar nicht indirekt nutzen kann, aber... Aber, wer weiß, wenn Kühe fliegen können, dann hat sich das ja alles geändert, ne? Oder Schweine. Ja, das wollte ich damit eigentlich so vermerken. Ähm, nee, aber ich war stehen geblieben. Vor allem stehen geblieben. Hier vorne. Ähm, nein. Mit meinem Thema. Ah, genau. Die Präsentation, die wird kommen... Nachdem noch zwei Großprojekte, von denen ich jetzt nichts erzählen werde... ...vollendet sind. Nachher hab ich das extra so gemacht, da erinnere ich mich noch dran, als ich die Folge geguckt hab, um sie... Ähm, also um der jetzt einen passenden Titel... Oh, Mensch, sag mal, wie... Äh... Um der einen passenden Titel zu geben, ähm, bin ich zufälligerweise darauf gestoßen und konnte mich sogar... WAH! Erinnern. Äh, ja. Ich bin jetzt grad ein bisschen sehr dreist, das muss man mir nicht sagen. Ähm... Ja, die Setzungen haben wir direkt hier im Inventar und in der Hauptleiste schon drin. Äh, lass mich raten, über all. Dann machen wir das mal so. Ich bin nicht... Drei... Ah, ja, genau. Ich erinnere mich, dunkel. Ähm... Ja, ich... Machen wir zweimal Birke, oder? Das ist für mich das edlere Holz. Dann einmal hier Füchte. Und einmal eine Eiche. Hatten wir auch so ähnlich gemacht, irgendwann mal vor 100 Jahren. Gar nicht mal so lange her. Ähm, ich würde hoffen natürlich, dass die Version 1.5.1 jetzt ein bisschen... ...länger draußen bleibt. Beziehungsweise ich dann noch eine Aufnahme mit diesem Text-Repack machen kann. Ähm, damit wir auch ein paar Aufnahme mit dem Text-Repack sind. Denn ich möchte natürlich auch nicht immer nur mit den Schlingern-Texturen spielen. Ich möchte natürlich auch mal andere Texturen drin haben. Ich war hier eben drauf. Geht, wann geht die? Äh, ziemlich jetzt Mittelstand. Mittelpunkt. Ja, das geht noch. So, und. Hopp. 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 Ja, Mensch. Also, wie gesagt. Die Taktik war super. Da kommen jetzt keine Zweifel auf. Das, äh, braucht man mir nicht zu sagen. Ähm. Ich nehme jetzt mal ganz kurz, bitte. Ich glaube jetzt mal, um ganz ehrlich zu sein. Das ist schon hoch genug. Das ist jetzt mal nicht ganz so. Okay, nee, okay. Dann machen wir das so. Ähm. Dann muss ich jetzt so rum, ne Art. Äh. Hm. So ein Art Leuchtraum hin, ne? Ach, du Scheiße, du. Was soll das denn sein, dann? Äh, nein, nein! Ja, so viel zum Thema Leuchtturmbau. Also, ich liebe ja solche hohen Gebäude. Zum Glück, dass ich... Ne, wirklich, man kann ja wirklich von dem Glück reden, dass ich ein Tim Torn beim Bau des... des Falkentowers den Creative Mode benutzen kann. Ja. Das war jetzt weiß. Einmal Mayonnaise hier richtig zwischenpfeffern. So. Ähm. Ach, Mensch, woraus sollen wir das denn machen? Ah. Hm. Was meinst denn du? Oh. Was ist es? Oh. Ichlaş, was meinst de Adolf westä broken? Oh. Oh.